das schwarze links da das kann man kaputt machen und dann kriegt man geld dafür hinter die versperrung springen hermene du stehst im weg verziehe ich versperrung springen oder meinst du das andere hoch oder meinst du hier hoch und dann hier lang du musst nach vorne springen dieses pink leuchten etwas hier geht mir minimal auf den keks das war richtig tatsache da musst du auch erstmal drauf kommen danke meine güte das hat jetzt länger gedauert als es hätte dauern dürfen d 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 probieren es wird einem ja angezeigt die armen fische ja komm such dir ein teil aus also ich war mir ziemlich sicher dass es was hier mit zu tun hat aber irgendwie scheint es damit nichts zu tun zu haben es ist einfach nur ein kürbis mobil ja Das habe ich schon mehrfach gemacht. Diese Karotten hier in die Luft geschickt. Na komm. Deshalb gehen wir jetzt direkt rein. So einfach müsste das bei uns auch gehen. Das hätte was. Wenn das so einfach gehen würde. So einfach gehen wir jetzt. ich brauche tatsächlich alles klar haben wir die zufällig dabei natürlich nicht die war sonst immer in diesem orangenen sessel drin aber anscheinend heute nicht noch danke zu freundlich wusch das teil vergesse ich jedes mal ja das mal du bist großartig auf damit Komm, wir tanzen eine Runde. Ich kann zwar nicht tanzen, aber du dafür umso besser. Oder auch nicht. Okay. Ich glaube, das ist draußen. Alles klar, Sus. Wer sieht sich? Woa! Danke. Alles klar, tut es Ritter. Na dann mal gute Besserung. Erhol dich gut. Erhol dich gut. Erhol dich gut. Hm, es könnte sein, dass das das Wetter ist. Aber trotzdem, mach dir einen Tee, ruhe dich aus und dann sollte sich das klären. Ja, das habe ich auch gehört. Jetzt bin ich einmal durchgerannt und habe es nicht gefunden. Okay. guck mal. Ah! Ich muss in die Kiste reinspringen, die er einen auffrisst. Da muss er auch erst mal drauf kommen, dass er in die Kiste wieder reinspringt, die er vorher gefressen hat. Doch, doch, glaub ihm einfach. Mein Stream hat voll die heilenden Kräfte. Volle Kanne. Ausnahmsweise. Oh, danke, zu freundlich. So, komm raus da. Du rothaariges Etwas, komm raus da. Wir bauen den Fuchsbau aus Harry Potter in Conan nach. Na dann, viel Spaß.